Beka Schau bist du da geliebt, Beka. Tut mir leid. Manchmal kommt... Frecherweise ist Leben einfach dazwischen. Da ist noch was. Loot, 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 loot. Du hast aufgeräumt, Beka! Was passiert? Oh, mit dir wollte ich gar nicht reden. Keine Zeit für dich. Ich will loot. Siehste, Beka. Neujahrsvorsatz umgesetzt. Hier noch Typ. Ähm... Fingerfertigkeit plus eins. Die brauche ich. Lagervorräte. Oh, ne, das war falsch. Erstmal ein Lager senden. Ein Bunze-Cache. Jetzt hat er halt meinen ganzen Shit. War ein bisschen dumm. Oh, geschmackvolle Stiefel. Schick. Das war alles so nicht geplant, aber es ist okay. Jetzt brauche ich aber trotzdem wieder... Ähm... Ja, irgendein... Hugo... Mit Shift und Steuerung kannst du auch mehrere Sachen markieren. Verschieben. Ja, das weiß ich schon. Das... äh... War mir schon... Vier bis neun. Vier bis neun. Den kriegst du mal. Du kriegst auch noch mal Vorsichtshalber einen. Auch wenn du eigentlich zauberst. Eigentlich brauchst du keinen Fernkampfwaffen. Der Schaufel. Der Schaufel. Oh, Altstab. Neun bis sieben. Was hast du eigentlich für'n Quatsch? Ach, auch null bis sieben. Alles klar. Streitkolben. Ach. Äh... Dadadadadaaaa! Und... Wer wird denn mein Lager-Dude? Du wirst mein Lager-Dude. Äh... Waren. Was bist du? Trank der Geschwindigkeit? Alles klar. Das kommt dahin. Erst mal aufräumen hier. Was? Die Final Fantasy war irgendwie nie so meins. Eichermistische Zutat. Kriegst du? Du kannst das behalten. Du kriegst davon mal einen zweiten. Darfst du das auch behalten? Darfst du das auch behalten? Das kommt da hin. Toll. Das ist ihrs. Warum kann... Wieso hat sie das denn jetzt? Eine lustige, ornate Box. Die vielen Seiten sind mit indecisible Glyphs. Das wird immer mal anders spielen. Ich spiele nicht so ganz gefasst, würde ich sagen, war mein Vorsatz, wirklich mal meinen Pile of Shame aufzuarbeiten. Den Vorsatz habe ich auch. Aber das wird wie immer nicht funktionieren, wahrscheinlich. Sag mir lieber mal, was ich mit der Box hier mache. Ich hatte auch schon eine neue Szene für meinen Pile of Shame. Und dann habe ich aber gedacht, let's try Baldur's Gate. Oh, das war doof. Warum kann ich ihr das nicht geben? Ist ja doof. Das an sie. Lagerdude. Ey, das ist mein Hut. Bitte wieder anziehen hier. Oh, wo ist er hin? Jetzt ist er weg. Nee. Das ist meine Hut. Das kriegt sie wieder. Wobei, das kann er doch eigentlich auch anziehen hier. Sexy Halskette und so. Das kriegt auch sie. Das kriege ich. Das kriege ich. Das kriegt sie. Färbemittel. Aber halt doch. Oh, keine Sau. Das ist meins. Das kriegt sie. Kann ich das nicht stacken? Frech. Das nehme ich. Meine Bros nehme auch wieder ich. Was ist das? Das ist ein Alchemiebeutel. Einer davon gehört auch mir. Her damit. Den anderen kann sie haben. Kann ich die kombinieren? Nein? Alles klar. Dann nur du einen leeren Beutel. Gib mir das Geld. Bald das Geld. Das an sie. Das, das und das. Nee, das nicht. Das kriege ich. Das und das. Dann waren. Und das, das und das. Kommt dann auch an sie. Und das bis da. Kommt wieder zu mir. Erstmal so zu ihr werben. Einmal alles weg ist. Absolut frech. Reisesack. Lager. Was kommt da hin? Was kommt da hin? Mal hier sortieren. Flipp gleich aus. So. Wie viel Shit sie tragen kann. Schlüsseltasche? Habe ich irgendwem eine Schlüsseltasche ignoriert? Ah! Oh, Beka! Du sagst das auch nicht früher. Ja, ich habe meine Schlüsseltasche ignoriert. Ach, Beka. Du hast meinen inneren Monk verstanden. Macht hoch die Tür. Das Tor macht weit. Ich will da rein. Jetzt sofort. Ja, aber nicht hier. Das kann ich nur hier. habe ich schon rausgefunden. Und jetzt ist es alles wieder anders. Warum ist das ach, weil es ein dunkler und das versklavter ist. Alles klar. Hä? Ja! Beka! Danke. Wenn ich dich nicht hätte. Da sind Kinder hier, du Böse! Wir waren für unsere Leben. Du hast sie direkt zu uns gebracht. Und du hast sie auch die Druid nehmen. Unglaublich! Unglaublich! Ja, 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 ja. Was würde ich nur ohne dich machen, Beka? Doof gucken. Danke, reicht. Genau, wenn ich dich nicht hätte, hätte ich bin anders. Ich würde einfach dumm sterben, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich beides. Ich bin dieses, 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 diese Twitch-Integration total super. Ich wäre wie das, neben den Goblins, wenn du nicht mehr verholt hast. Mein Gehrein ist an diesem Camp. Oh, Gott verabschiedet, du riskierst, dein preisches Gehrein. Aber ich sollte nicht überraschend sein. Egal, wer bummst oder auch nicht bummst. Alles eure Schuld. Ich würde nicht überraschend sein, wenn du nicht mehr verholt hast. Gehrein bringen Toten nicht zurück. Oh, überzeugen. Ich würde überzeugen, komm. Ich würde überzeugen, sag ich doch. Du bist richtig. Es ist zu viel an der Stelle. Ich bin überraschend über deine preisierten Augen. Die beiden von dir. Enough! Das Schwabbeln ist sinnvoll. Atlas, die Goblins haben uns gefunden. Genau so ist es. Wir haben uns gefunden. Das hätte ich mir eigentlich, als ich unterwegs war, nochmal was Festes zu trinken fertig machen können. Aber nein. Das ist jemand, mit dem wir reden können. Das machen wir jetzt erstmal. Aradyn ist ein Blöhnhard, aber das ist keine Grund, um ihn zu sein. Dankeschön für deine Hilfe. Ich bin Zevlor. Ich habe mir gerade eine Flasche Cola geholt. Das ist schön. Ich habe gerade darüber nachgedacht, mir ein Level abzumachen, aber ich muss mir kein Level abzumachen. Ja, das ist richtig. Ich habe beim letzten Run einfach vergessen, zwischendurch zu speichern und war dann beim Autosave irgendwie 700 Stunden davor. Von den sechs Stunden, die ich gespielt habe. Moment. Ah, ich brauche... Ah, komm hier nicht weg. Weil... Ich war gestern einkaufen. Ich glaube, es war warm. Ich habe mir vor dem Weg was zu trinken mitgenommen und ich habe es auf dem Weg nicht getrunken. Ich habe ein Energy. Ich habe ein Energy. Immer wieder F5 drücken. F5 speichert? Well met. I should warn you. Visitors are no longer welcome in this grove. Cool. Whatever your business, I'd see to it quickly. The Druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Das ist nice to know. Also mit solchen Hinweisen kannst du mir gerne kommen, wenn es irgendwas ist, was die Story betrifft. Unglaublich ungerne. Weil es halt irgendwas ist, keine Ahnung, mit dem solltest du dich anfreunden. Das ist wichtig. So, das möchte ich halt nicht. Weil ich, wie gesagt, selber noch ein eigenes Spiel nebenbei im Laufen habe, bei dem ich halt selber entscheide, wie ich mit den Leuten umgehe. Also hier finde ich das ganz spannend. Jetzt mal. Ich hatte vorhin wen anders, der die Entscheidung getroffen hat. Er ist leider weg. Sie. Sie ist leider weg. Musst du noch ein bisschen was machen. Vielleicht kommt sie noch mal wieder. Und je nachdem, wer da halt da ist und wer da alles irgendwie seine Meinung mit einbringt, desto anders läuft die Story auch. Bei mir sieht halt alles erstmal ganz anders aus, weil das andere ist halt meine Story. Weil ihr sagt sowas wie, 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 bleib mal mit ihnen, buddy, finde ich blöd. Oder sowas wie drück mal F5 oder F8, was Speichern angeht, das finde ich super. Ups, jetzt hätte ich fast irgendwas gedrückt. Artefakt noch nicht genau untersuchen solltest. Du hast ja gar nichts gesagt. Du hast einfach nur entschieden, wir packen es wieder ein. Irgendwer hat die komische Geldbörse von dem, von dem, von dem, von dem, von ihmchen hier schon kaputt gemacht. Also, was damit ist, keine Ahnung, ist geplatzt. Nee, dieser Zauberheinzy hat so eine rote Tasche mit dabei. Gehabt. Die er auf irgendeine Anweisung öffnen darf. Aber sie ist jetzt offen. Und sie ist verpufft. Vielleicht kommt ja auch nur, wenn er stirbt. Er ist mir gestorben und ich muss ihn wiederbeleben. Vielleicht deshalb. Ich weiß es nicht. Beka, ich kann es dir nicht sagen. Was ist das? Handeln. Kann man handeln? Ich denke, du solltest es. Ja. Kein Schmerz, in der diplomatischen Runde zu versuchen. Wir tun dir eine große Schuld. Wenn wir jetzt gefordert werden, werden wir es nicht in die Stadt machen. Du findest, dass die Juden in der Herzen der Börse erhalten. Bitte, macht sie Sinn sehen, bevor mehr Leben verloren sind. Jetzt ist sie halb gone. Ich denke auch, wir werden versuchen weitestgehend irgendwie mit jedem zu reden. Warte. Schuhe. Oh, du. Das ist wieder Crap. Kann schon wieder fahren. Und dann an sie. Das ist ja frech. Gutes Ritual. Es geht um eine Alchemie-Maske. Ja, das Spiel ist mit Tutorials. Also es hat Tutorials, aber die Tutorials sind halt so... Semi. Semi. Ich weiß, dass ich einen Alchemie-Beutel habe. Ich dachte, ich finde irgendwo vielleicht mal irgendwann eine Alchemie-Trankstation oder so. Ich weiß, es ist drastisch, aber mehr Monster sehen, diese Region jeden Tag terrorieren. Ich weiß, es ist drastisch. Hier ist wieso. Ich frage eigentlich quatsch. Und für diejenigen, die hier zufrieden haben, kann Sylvanas sie schützen, als sie ihre Reise weitergehen. Ja, ich habe ein Lager. Das weiß ich. Im Lager mache ich meinen langen Rast. Und unterhalte mich mit den Charakteren. Ich weiß, dass ich ein Lager habe. Ich will nicht, dass das passieren wird. Aber Korga macht die Entscheidungen. Ich kann nichts tun, als ich die Sylvanas betreue, in der Hoffnung, dass ich sie schützen kann. Wo soll ich denn wissen, dass es eine Alchemie-Maske gibt? Das Spiel erzählt mir das nicht. Du weißt nicht, Korga. Sie wird nicht. Hört. Ich bin wirklich sorry. Du brauchst nichts anderes? Nur ein paar Bisschen und Bubs, die ich nicht mehr brauche. Schick. Hier kann ich nicht. Oh. Das ist ja frech. Bahn wäre von 385. Schick. Was hast du Cooles? Ich suche eigentlich... Weil ich hoffe, dass dadurch die Sympathie eher hoch geht, als durch den Handel. Ich habe die Hoffnung. Irgendwie muss ich ja die Sympathie hochkriegen. Ich habe noch nicht verstanden, wie. Aber irgendwie muss das ja gehen. Oh, ich habe den Magik-Touch. Ja, das ist richtig. Ich will ja jetzt gerade gucken, was es hier so gibt. Das hat Michael zumindest gesagt. Ja, es ist... Ich muss ja einfach... Ich meine, ich muss doch erst mal wissen, was es hier gibt. Vielleicht gibt es ja irgendwie was Cooles. Und so. Ein kritischer Treffer gelenkt. Aha. Was ist das für ein riesen Paket? Ja. Es ist... Es ist... So ein Ding. Das ist eine Marder aus Scheiner. Eine was? Eine Marder aus Scheiner. Es ist eine Marder aus Scheiner. Ja, super. Und was ist da drin? Ist das... Ist das ein Klemmbausteinkram? Was? Eine Box. Du magst den Bauern schneiden. Was? Schande, wie geht es dir? Okay. Ja. So eine Box ist so riesig. Das ist so riesig. So ein Stück. Schau. Stopp. Zeig mal. Mach halt einfach alles. Wieder Belebungsrollen und sonst. Das brauche ich gerade, zufällig. Aber so was hat er scheinbar erst mal nicht. Das ist ja frech. Er hat den Ertränken auf Fieberbelebungsrollen. Er ist halt eher so ein Rüstungshändler. Warum habe ich das denn gemacht? Wie blöd. Wurfbonus. So ein Quatsch. Du kannst Geschosse von Fernkämpfern abfangen und ihren Schaden um 1 in 10 plus deinen Geschicklichkeitsmodifier verringern. Aha. Heckenwanderer. Auf Geschicklichkeitsrettungswirkung Geschicklichkeitswürfe. Eher Ertränke, aber keine Wiederbelebungsrollen. Hätte ich gerade zumindest keine gesehen. Was hier Teiltränke hat? Was ist denn mit ihm? Warum deckt sich das nicht? Ach, in keinem Zustand. Ne. Hä? Was ist doch, was ist mit dir? Ich weiß nicht, ob du irgendwas siehst, was ich nicht sehe. Ach da. Wo sind die denn? Sind die denn mit drin? Ach da. Guck mal an. Er gibt ihm mal lieber irgendeinem Fernkämpfer. Vielleicht nicht ihm, er ist nicht Tanki. Er ist nicht begeistert. Sylvanus, guide your path. Ja, ich hab sie gesehen. Hast du recht, Beka. Stecken die sich jetzt? Ja. Sechs, sechs. Ich hab nur einen, das ist schlecht. Habe ich vier. Irgendwie schnell teilen oder so. Ah, super. Jetzt hat er vier. Sie vier. Und sie vier. Ah. Dass die Kunst bei den Händlern hochgeht, hat zumindest Gael gesagt. Gael weiß, was Gael weiß. Hörs. Wir können nicht nur gehen. Die Kinn. Ich werde nicht über unsere Leben, unser Zukunft. auf Menschen, die so gut als tot sind. Wir müssen für Baldur's Gate. At once. Können wir alle nur einen Moment nehmen? Bitte. Was ist das Problem in Bladen und Spellen, dass wir sie nicht benutzen? Wir sollten bleiben. Diese Menschen sind nicht Kampfbeizern. Wir können helfen. Oder sieh lecker. Das ist gut, auch. Ihr seid auch alle weiter als ich. Alle. Aber es ist okay. Hab ja auch erst gestern angefangen. Jetzt vielleicht insgesamt zehn Stunden in dem Spiel. Da darf ich auch einfach noch keine Ahnung haben. Außer meine D&D-Kenntnisse. Die sind Abhaarung genug. So nämlich. Das ist nicht El Torell. Und ich bin nicht verantwortlich für alle Tieflinge in der Welt. Danke, Roland. Super Roland! Woooo! Hoi! Was mache ich zu tun? Ich habe doch... Die wir kennen. Erfolgreich! Das ist nicht so, wie es sein soll. Ich habe keine Zeit, um zu resten. Ich brauche eine kurze Worte. Ich brauche noch drei andere, die Motive erkennen können. Das ist so geil. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich die irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Wie ich die aufdecken kann. Ich habe nicht genug Platz. Ich kann draufhauen und dann weiß ich, dass es ein Gestaltwandler ist, weil ich seinen Gestaltwandlerring habe. Ich kann aber per Taschendiebster ihm seinen Gestaltwandlerring auch nicht abnehmen, weil er hat keine Tasche. Außerdem habe ich keinen Bock, mich mit denen allen hier anzulegen. Wie viel weiter kann ich gehen? Das habe ich schon mal rausgefunden. Das kann seinen Druckieren kommen. Die Schmerzen werden in mir. Wenn wir hier sind. Das kann den Schmerzen kommen. Dann man in das ganze Gehreise holen. Wenn wir hier leben... Was ist das? Oh, das wollte ich nicht. Aber lass uns mal sehen, ob es ein... ... etwas ist das Problem. Lass uns mit dem anfangen. Wie kann ich mit ihm reden? Das weiß ich. Warum hat sie jetzt nur drei Heiltränke? Warum hat sie denn jetzt nur drei Heiltränke? What the fuck? Wollte mir überlegen, ob ich ihm einfach irgendwas an den Kopf werfe. Das muss ich aber als Ziel machen. Aber ihr seid auch sonst nichts zum Untersuchen. Oh, mit dem Ochsenreden. Ich hab doch vorhin jedem vier gegeben. Verwirrend. Wir reden jetzt erstmal hier mit dem. Okay, ich war der Meinung, wir hatten alle vier. Aber... ... dann liege ich vielleicht halt auch einfach falsch. ... blöden. Und dann... ... swing und swing... ... und... ... und... ... uauhh! ... ... du wirst keine Kinder. Du bist alle Helden! ... ... ... ... ... Was ist, womit ich werfen kann? Die Kuh ist hingefallen. Ich weiß nicht, ich bin mir uneinig. Ich würde die Kuh gerne werfen. Ich würde ihn abwerfen. Wird das jetzt schwieriger ohne Kampf, weil meine Hand jetzt brennt? Kann ich das werfen? Kann ich auch nicht werfen. Mann! Leute, Kuh. Kann ich den Heuballen da brennen dazu? Nein. Sitzt du da richtig stehe? Da entsteht kein Kamm. Ich muss weiter gehen. Und wieder! Swing und Swing und... Ein Mädchen hier. Hm. 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 Oh. Was wollte ich mit ihr machen? Sie hat eine bessere Wahrnehmung. Hallo. Hm. 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 He stares right past you. As if you're invisible. Or boring. Hm. Mal am Boden drauf schießen. Hm. 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 He's still staring right past you. Aber er grummelt nicht an. Ich nehme wahr. Ich nehme wahr. Mit Vorteil Weißschurke. Oh, zum Glück. Lesser ist. Fand er nicht gut. Was soll ich tun? Ja, komm. Jetzt tust du aber so. Ah, ich hätte rasten müssen. Scheiße. Ja, also du tust ja jetzt auch einfach so als... Das kann ich nicht, schade. Das ist Ochse. Ja, geht sie halt zurück jetzt. Ich bin hingefallen jetzt. Boah. Aua. Das hat irgendwie allen wehgetan. Nachteil? Warum? Ziel zu nah. Achso, ich will ja auch gar nicht schießen. Ja, das war jetzt alles sehr blöd. Ne Wiederbelebungsschriftrolle. Guck mal. Kann ich ihn auch wiederbeleben? Ich hab's wieder gut gemacht. Hm? Hm? Ich hab's wieder gut gemacht. Hm? Das ist kassierig. Es ist dreckig. Der ist jetzt nackend, und ich hab seine Klamotten. Aber ich hab das wieder gut gemacht. Ich kann ihn mehr. Hm? Hm? Ah, scheiße. Ich wollte mal gucken, ob der Händler vielleicht nicht. Aber ich brauche ein neues Schlösserknackset. Wollen wir mal gucken, ob das ein Händler hier hat. Oder ob ich wirklich eins finden muss. Der Hirsch war jetzt blöd, hast ihn umgebracht. BK. Wieso? Als würde ich den einfach da tot liegen lassen. Er hat es ja eigentlich gar nicht verdient. Ich will ja eigentlich auch nur den Ring des Gestaltwandloss haben. Eine exzellente Suggestion. Deine Partys füllen. Still, wenn die Zeit kommt, kenne ich für die Blade. Ich werde nicht lange antworten. Ein wunderbarer Plan. Wir sprechen mehr da. Cool. Er ist Buddy. Welcher Weg liegt vor mir? Langweilter Ochse. Hungriger Ochse. Wo ist der letzte Ochse? Seltsamer Ochse. Jetzt habe ich Aua. Eine Mistgabel. Oh, ein abgenutzter Schlüssel. Du hast meine Achtung. Du hast meine Achtung. Das wird getan. Das wird enden. Das wird enden. Ich habe sie doch gekauft. Oder habe ich sie nicht gekauft? Ich habe sie doch gekauft. Ich habe sie doch gekauft. Ich habe sie doch еще nicht gekauft. Ja. Ich habe sie doch gekauft. Erstmal töten. Was ich jetzt wieder beleben. Ja. Wenig Gold? Sind die so teuer? Machen wir nicht diesen? Natürlich. Aber bitte, erinnere mich. Du bist nicht der einzige, der in Need. 690 Gold? Zu dir, ich bin immer ganz knuspernd. Warte, muss. Dein Bonus auf alle Würfe, wenn du deine Gestalt wandelst oder dich tarnst. Tarnen kann ich. Super.